Hier zeigen wir nochmal unser Duo Fresh Element, wenn man so will, die nächste Stufe der Installationstechnik. Der Mehrwert besteht darin, dass der Kunde die Möglichkeit hat, über das Duo Fresh, wie hier unten gezeigt, eine Geruchsabtaugung optional zu aktivieren. Bereits auf der ISH haben wir diese Technik gezeigt, damals noch mit der Kunststoffweißenplatte. Hier auf der Messe zeigen wir die weiteren Varianten, nämlich die Betätigung in Schwarzglas, in Weißglas und auch in der modernen Farbe umbraben. Relativ einfach zu bedienen, ein Druck auf die Taste reicht aus, damit die Aktivierung der Geruchsabsaugung anläuft.